Alle Jahre wieder treffen sich Chris, Kind und Weihnachtsmann zur Einsatzbesprechung. Hohohoch, Haus! Das ist nichts für die. Die wünschen sich was Freistehendes. Sowas wie das hier. Heiliger Bim Bam! Energieeffizienz Klasse A. Alles top saniert, isoliert, modernisiert. Weiteres Plus, mit Keller, Garage und Dachboden. Ja, irgendwo müssen die ja auch hin, mit den ganzen Geschenken. Gut, aber kriegen wir das bis Weihnachten dann noch hin? Ich meine, beim Hausverkauf gibt es so viele Dinge noch zu beachten. Und so ganz ohne Makler? Ich weiß ja nicht. Ach was? Schleife drum und fertig ist die Laube. Und haben wir denn alle verkaufsrelevanten Unterlagen zusammen? Ja, Grußkarte, Kanasterkarte. Ich rufe jetzt doch lieber den Makler an. Kennen sich fast so gut aus wie wir.